Wie entscheidet sich dieses Rennen der Schnellding der Länder ohne den deutschen Quervereinweißen? Das ist die Frage, die hier in 17, das ist hier ins Decker unter Florian Stark von der 9er. So, hier sind Stehversuche, während die Gruppe von hinten mit Dorian Libbers wieder Morgenluft wittert. Wer wird hier als erster nervös? Wer wird derjenige sein? Aber er ist sich auch in der Verfolgung, glaube ich, gar nicht so sicher, dass man noch ... Und jetzt kommt der Angriff von Pascal Lincoln! Und Leo Oppelt muss nicht geschlagen geben! Es wird ein tolles Finale auf den letzten Metern! Pascal Lincoln! Und hier folgt Pellas! Die Sonne lacht hier in Bramsche! Das ist das Wichtigste für uns! Wir freuen uns drauf! Pascal Lincoln! Leo Oppelt! Und als dritter Julius Dominik aus Borken! ... ... ... ... ... ...